Der Monsoon geht munter weiter. Das sind die Regenmengen der nächsten 10 bis 14 Tage. Wobei, es sind eher die Nierschlagsmengen, denn es ist teilweise auch Schnee mit dabei. Zum nächsten Wochenende bleibt es weiter spannend. Schneeflocken vielleicht auch bis in tiefe Lagen. Das schauen wir uns alles hier in diesem Wettervideo an. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Freitag hier bei wetter.net. Ja, meine Güte, was für eine feuchte Angelegenheit. Bis in 10 bis 14 Tagen kommt einiges runter. Über 100 bis 130 Liter Niederschlag pro Quadratmeter im Südwesten und im Süden des Landes. Und auch der Norden sitzt wahrlich nicht auf dem Trockenen. Auch hier 50 bis teilweise 60 oder knapp 70 Liter Regen pro Quadratmeter. Und auch im Osten und im Westen wird es in den kommenden Tagen weiterhin sehr feucht weitergehen. Ja, und was passiert da eigentlich im Verlauf der nächsten Woche? Wie weit kommt der Schnee runter? Das schauen wir uns alles hier in diesem Wettervideo an. Aber erstmal der Blick auf die Bilanz im November bisher. Und wir haben die ersten 16 Tage hinter uns eine mittlere Temperatur von 7,9 Grad. Im Vergleich zum alten Klimamittel liegen wir 2,8 Grad darüber. Und im Vergleich zum neuen Klimamittel 1,6 Grad. Bisher gab es 63 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Damit ist das Monatsoll jetzt schon zu 91 Prozent erfüllt. Es wird also ein sehr nasser Monat werden. Das kann man schon mal abschätzen. Und wir hatten bisher 24 Sonnenstunden. Und damit ist das Monatsoll zu 43 Prozent erfüllt. Und das hier ist die Karte der Überraschung. Mit der steigen wir mal ein. Und zwar Schlittenwetter zum nächsten Wochenende. Der ganz frische Sechserlauf. Und er zeigt am nächsten Sonntag, am 26. November, eine Schneedeck über einigen Teilen von Deutschlands, über der Landesmitte, teilweise bis rauf in den Norden, bis runter in den Süden. Im Schwarzwald über 40 Zentimeter Schnee. Am Alpenrand zum Teil auch ein halber Meter Schnee. Und selbst in westdeutschen Mittelgebirgen, in der Eifel, im Hunsrück, da könnte es weiß werden. Und das zumindest, die aktuelle Momentaufnahme vom amerikanischen GFS-Modell, ist wie gesagt gerade erst eingetrudelt. Zum Vergleich mal der Blick auf die Prognose vom europäischen Wettermodell ebenfalls auf das nächste Wochenende. Naja, und das macht es zumindest hier und da auch ein bisschen weiß. Wir wissen aber, diese Schneehöhenberechnungen, die sind mit größter Vorsicht zu genießen, meist dann doch deutlich übertrieben. Aber zumindest sind sich beide irgendwie einig, da könnte was am nächsten Wochenende vom Himmel kommen und vielleicht zumindest auch mal in den tiefen Lagen für eine weiße Anzuckerung sorgen. Also eine sehr spannende Wetterentwicklung. Das sehen wir auch so ein wenig hier auf der Ensemble-Prognose. Es geht nach unten, erst noch mal nach oben, Sonntag, Montag zum Teil 12, 13 Grad. Dann geht es runter im Verlauf der nächsten Woche. Und dann kommen auch neue Niederschläge auf. Und das Ganze bei Temperaturen in Ulm zum Beispiel um die 3, 4, 5 Grad am Tag und Nachtstemperaturen nahe 0 Grad. Wobei das Rauschen nach hinten raus immer mehr zunimmt. Am Ende haben wir Temperaturläufe auf 10, 11, 12 Grad ansteigend und andere, die hängen hier unten bei bis zu minus 10 Grad. Und der Hauptlauf, das ist das fette grüne Ding hier, das ist ziemlich weit unten, also der ist immer noch ziemlich weit unten angesiedelt, dieses grüne Ding. Und das Mittel bleibt dann doch ein ganzes Stück weiter oben. Das heißt, da ist die Unsicherheit noch ziemlich groß und dazu gibt es ab und zu mal ein paar Niederschlagssignale. Die fallen je nach Höhenlage eben als Schnee, Regenschnee oder eben als Regen. Ein Blick auf die Niederschlagsummen mal nach dem europäischen Wettermodell bis zum 27. November und da könnte es besonders im Norden nass werden. Bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter werden da aktuell berechnet und auch im Süden noch mal 50 bis knapp 80 Liter Regen pro Quadratmeter. Doch jetzt mal zu den Wetterkarten gleich. Zuvor noch mal der Blick auf unsere Wetter-App. Die könnt ihr downloaden, für jeden Ort eure persönliche Prognose anschauen. Für die nächsten 10 bis 14 Tage einfach mal im Google Play Store nachschauen. In der kommenden Nacht ist der Himmel teilweise wechselnd bewölkt. Hier und da lockern die Wolken nochmal auf. Im Südosten fällt noch etwas Regen. In den höheren Lagen Schneeregen. Und die Temperaturen gehen auf 4 bis 0 Grad zurück. Stellenweise kann es morgen früh auch leichten Frost bis minus 1, minus 2 Grad geben. Das Wetter am Morgen ist geprägt von eher einem Zwischenhoch. Das sehen wir hier einmal über Deutschland liegen. Aber da ist das nächste Tiefstück unserer Haustür. Das kommt dann am Sonntag herangezogen und dann wird es schon wieder ruppig. Ja, der Blick auf den Samstag, der zeigt uns im Osten zumindest ab und zu mal ein bisschen was an Sonnenschein. Ansonsten Wolken, Sonnen im Wechsel. Und zum Abend hin, da zieht hier im Südwesten schon wieder neuer Regen auf. Das Ganze bei 6 bis 9 Grad. Ja, und noch deutlich milder fällt dann der Sonntag aus. Temperaturen 10 bis satte 15 Grad. Viele Wolken dazu, aber immer wieder Regen, sehr windig, vor allem auch stürmisch zeitweise nach Norden hin. Und der Montag bleibt auch noch ziemlich durchwachsen mit vielen Wolken. Zeitweise Regen, Temperaturen so 9 bis 12 Grad maximal. Und auch danach gibt es erstmal keine ganz große Wetterberuhigung. Aber man merkt so langsam, die Temperaturen gehen etwas nach unten. Noch 4 bis 9 Grad am Dienstag, ab und zu Regen im Süden, im Erzgebirge auch ein paar Schneeregenfälle oder Schneefälle. Und dann lässt das Ganze erstmal vorübergehen etwas nach zum Mittwoch hin. Aber die Temperaturen, die rutschen noch ein bisschen weiter in den Keller. Zum Teil nur 3 bis 6 Grad. Im Südosten am Tag nur um die 0 Grad. Es wird also kühler. Letzte Nierschläge im Erzgebirge, teilweise auch Schneeregen und Schnee. So eine kleine Erholungsphase am Donnerstag. Typisches Novemberwetter, viele Wolken, Dunsthochnebel. Stellenweise auch mal Sonnenschein bei nicht mehr als 0 bis 3, 4, 5 Grad im Süden. Ein bisschen wärmer dann hier Richtung Norden bis zu 10 Grad im Nordwesten. Der Blick auf den Freitag, dann wird es nass-kalt. In vielen Landesteilen zum Teil Schneeregen, Graupelschauer bis in tiefe Lagen. Oberhalb 400 bis 500 Meter dürfte es meist nur Schnee sein. Das Ganze ab plus 1 bis plus 5 Grad. Da ist es wahrscheinlich doch ziemlich frisch geworden bis zum Freitag in einer Woche. Und das nächste Wochenende, naja, nass-kalt, 1 bis 6 Grad der Samstag, 3 bis 8 Grad der Sonntag. Aber in den höheren Lagen ab 400, 500, 600 Metern ist es meist nur Schnee, was fällt. Und da könnte einiges an Neuschnee vom Himmel kommen. Wir haben es gesehen auf den Schneehöhenkarten, da könnte was runterkommen. Ob es bis ganz runter reicht für eine Schneedecke, ist aber unsicher. Und danach der Montag, 3 bis 9 Grad, viele Wolken, zeitweise Regen. Die Schneefallgrenze, sie steigt langsam wieder an. Und hier sehen wir diese Wetterlage am nächsten Sonntag. Auch frisch eingetudelt, 6er Lauf, da kommen die minus 10, minus 11 Grad so ganz langsam hier im Nordosten von Deutschland an. Und deswegen ziemlich frisch. Und da kann es dann eben auch Schneeschauer bis in tiefe Lagen geben. Das sehen wir auch hier auf der Wetterkarte für Sonntag in einer Woche, der 26. November. Zum Teil Richtung Schwarzwald, Alpenrand, Schneeflocken bis ganz runter. Auch rund um den Bayerischen Wald Richtung Franken kann es auch ein paar Schneeregenfälle geben. Und auch ansonsten immer wieder einzelne Schneeschauer mit von der Partie. Das zumindest der aktuelle Trend. Wir schauen auf die Ensemble-Prognose. Und zwar vom europäischen Wettermodell für Norddeutschland bis zum 2. Dezember. Die Temperaturen gehen auch hier ganz langsam zurück zum Monatswechsel. So auf 3, 4, 5 Grad maximal noch. Hinten raus nur 1, 2, 3 Grad. Aber man sieht auch hier die Unterschiede der einzelnen Ensemble-Mitglieder sind ziemlich ausgeprägt. Von plus 10 bis minus 5 Grad. Und dazu immer wieder einzelne Niederschlagsignale. Relativ ähnlich auch im Westen des Landes. Zunächst nochmal dieser Wärmepik zum Sonntag und zum Montag mit 12, 13 Grad. Dann wird es aber langsam immer kühler. Und zum Monatswechsel sinkt auch die mittlere Temperatur. So auf 4, 5 Grad ab. Ab und zu Niederschlagsignale. In den höheren Lagen der Mittelgebirge, 500, 600 Meter, kann das auch Schneeregen oder Schnee sein. Wir schauen nach Ostdeutschland. Auch hier die gleiche Wetterentwicklung. Wenn auch hier die Ensemble-Mitglieder ziemlich auseinanderlaufen. Da haben wir teilweise einzelne bei 10, 11, 12 Grad. Andere bei bis zu minus 10 Grad. Also große Unterschiede in der Berechnung. Aber tendenziell würde ich mal sagen, geht das Mittel so ein klein wenig nach unten. Und dazu immer wieder Niederschlagsignale. Und im Süden das gleiche Spiel. Ab und zu Niederschläge. Und es wird kühler. Nach dem Wärmeberg am Sonntag und am Montag geht es mit den Temperaturen langsam nach unten. Auf Werte um die 2 bis 5 Grad. Und da kann auch mal Schneeregen und Schnee in den höheren Lagen vom Himmel kommen. Und noch der Blick auf die Landesmitte. Auch hier relativ gleich. Zunächst der Wärmeberg. Alles ziemlich sicher. Diese Wärme hier, das sehen wir hier. Die Ensemble-Mitglieder sind eng beisammen. Aber dann beginnt nach hinten raus das große Rauschen. Das Temperaturmittel um die 5 Grad. Es gibt Ausreise nach oben um die 10 Grad. Ausreise nach unten bis zu minus 6, minus 7 Grad. Immer wieder Nierschlagssignale. Also da hinten ist es eben unsicher, in welche Richtung diese Reise genau gehen wird. Ja, das war es vom Wetter am Freitag. Erstmal alles beim Alten. Aber ab nächste Woche, Donnerstag, Freitag, wird es wahrscheinlich spannend. Eher eine nass-kalte Witterung. Eine Nordwestwetterlage. Wir bleiben natürlich beim Wetter dran. Tschüss, bis bald. Tschüss, bis bald. Tschüss, bis bald. Vielen Dank.